was geht freund und willkommen zur mtg episode numero 13 keine sorge ihr habt den videotitel gelesen morgen am mittwoch gibt es natürlich auch ein video mit meinen kaufempfehlungen für die länderscheid pause aber ganz wichtig freitag samstag sonntag gibt es noch mal die kaufspech jetzt da werden wir noch mal explizit auf alle mannschaften eingehen gestern gab es ja den bundesliga rückblick morgen dann wie gesagt ein video mit meinen persönlichen kaufempfehlungen kleine cheapies und so weiter für die länderscheid pause heute aber noch ein ganz wichtiges thema heute wird sich alles um das thema wie manage ich mein team drehen das ist eine ganz ganz wirklich wichtige thematik weil wir einfach ja wir sind an einem punkt in kickbase wo es einfach essentiell ist spieler sinnvoll zu behalten zu verkaufen und so weiter ganz ganz wichtiger aspekt dementsprechend werden wir auf alle meine spiele eingehen so ein bisschen mein konstrukt durchgehen wie ich persönlich spieler behalte wie ich persönlich spieler kaufe und so weiter bevor das ganze losgeht gehen wir noch ganz kurz in die werbung zum thema management das heutige video wird euch präsentiert vom top 11 fußball manager top 11 ist ein free to play fußball manager spiel verfügbar auf ios android huawei dem microsoft store und in web browsers er ist ein komplettes fußball universum in einer app in welcher er einfluss auf alles hat transfers stadionbau training und so weiter es gibt bereits 260 millionen spieler in der app welche bei 5,5 millionen reviews 4,6 von 5 stern bekommen haben ich würde also klar sagen dass es hier eine download empfehlung ist besonders cool finde ich das gemeinsame spiel mit freunden meisterschaften die stadion anpassungen das sammeln von trikots und vor allem die optik der app die ist wirklich wunderschön ebenfalls möchte ich noch das 3d feature wählen in welchem ihr eure taktiken die ihr selber bestimmen könnt zur schau stellen könnt und durch eure manager entscheidung das komplette spiel verändert werden kann ihr seht es auch gerade hier in dem beispiel ich habe auf kurze pässe umgestellt was letzten endes dafür gesorgt hat dass ich noch das finale letzte abschließende tor gemacht habe weil ich davor erkannt habe dass der gegner auf kurze schnelle kombinationen nicht klar kommt ebenfalls könnt ihr in der liga dem pokal der champions league sowie der super league antreten und euren verein an die spitze führen watne wurde übrigens hier von einem starstürmer unfricht bester mann der bis jetzt komplett rasiert für mein team probiert die app gerne aus macht wirklich mega viel spaß ich kann sie euch nur ans herz legen und jetzt geht es weiter mit dem video probiert top 11 gerne aus ich spiele die app schon sehr sehr lange macht mir tatsächlich auch riesig viel spaß von daher habe ich mich wirklich gefreut dass die jungs mir da eine kooperations anfrage geschickt haben könnte gerne ausprobieren der link ist sowohl im angepinnten kommentar als auch der oberste link in der video beschreibung so zurück zu kickbase wie manage ich jetzt mein team wie kriege ich das sinnvoll über einen langen zeitraum gemanagt so dann müssen wir uns zuerst die frage stellen was bedeutet überhaupt management denn ihr könnt doch einfach das team was ihr habt solange die spieler nicht verletzt sind könnte sie theoretisch gesehen einfach halten guter kickbase manager macht das natürlich nicht für die erfahrenen manager ist das keine überraschung gerade aber für die neuen manager natürlich umso wichtiger es geht in kickbase prinzipiell darum sein team immer up to date zu halten spieler wirklich immer zu upgraden zu downgraden zu ja auszutauschen wenn ihr merkt die perform einfach nicht ein aspekt den ich letztes jahr auch immer wieder verkehrt gemacht habe spieler viel zu lange zu halten und da kommt einfach dieses in game management und kickbase in frage das bedeutet wir schauen uns unsere spiele an by the way ich produziere das video vor von daher nicht wundern wenn mein kader und die marktwerte nicht stimmen aber das ist für den für das video an sich ist irrelevant wie behalte ich spieler oder wie strukturiere ich meinen kader prinzipiell fange ich persönlich immer an mit meinen säulen säulen sind spieler die ihr persönlich nie verkauft das macht einfach keinen sinn diese spiele abzugeben auch wenn die mal schlechte spiele haben auch wenn die mal eine schlechte phase haben wenn ihr von diesen säulen von diesen tollen spielern überzeugt seid dass sie auf dauer einfach gut performen werden dann macht es wie gesagt einfach überhaupt gar keinen sinn diese zu verkaufen beispielsweise wäre das bei mir anthony modest den werde ich nicht abgeben ich weiß ich wisst jetzt wie am wochenende gespielt hat ich weiß noch nicht ich produziere das video quasi eine woche früher vor ist einfach spieler selbst wenn jetzt am wo am wochenende gegen schalke nicht performt hat er ist der bvb stammstürmer und auch wenn er sinkt ohne ende und das tut er aktuell wie gesagt das kann sich geändert haben er sinkt ohne ende aber mir ist vollkommen egal wie doll er singt ich bin von ihm überzeugt so lange bis alle fit ist und das kann auch sehr lange dauern im normalfall bis zur rückrunde mindestens wird anthony modest spielen und von daher ist er für mich jemand den ich eigentlich unter keinen umständen abgeben werde dasselbe gilt natürlich für euch war kimmich der beste spieler in der app klare kiste und tatsächlich auch bei mir für sieben schön und gregoritsch bin bei beiden davon überzeugt dass sie auch langfristig die nummer eins stürmer sein werden sie wird sowieso zu 100 prozent da ist ein bisschen die rotation ein bisschen kritisch aber auch da dürfte eigentlich größtenteils immer seine spielanteile bekommen bei gregoritsch sieht das ganze anders aus aber so wie er aktuell in die saison reingestartet ist sehe ich auch eine rückkehr von luca höhler der auch in der ländersche pause by the way vielleicht kleine kaufe empfehlung zurückkommt als nicht wirklich relevant für gregoritsch höhler wird dann wahrscheinlich die hängende spitze hinter gregoritsch spielen so gut und vor allem so wichtig wie gregoritsch für das spielsystem von sc freiburg ist wird der nicht raus rotieren das sehe ich zu 100 prozent so dementsprechend kimmich sie bald schön modest gregoritsch die können fallen und nicht performen wie sie wollen die werde ich niemals abgeben dann gibt es quasi solche mittelklasse spieler man wirklich sagen kann wenn die spielen und vor allem gute punkte machen dann sind das spieler die natürlich auch halte das werden in meinem fall beispielsweise in radetzky ein simakon und rizodoren da würde ich aber schon ein bisschen kritischer das ganze ansehen also wenn die mal wirklich über mehrere wochen schlecht performen und ihr merkt so ein bisschen sie kommen nicht ins spiel rein sie kriegen wirklich nicht ihre minuten oder sonst was würde ich natürlich auch abgeben aber auch hier ist die tendenz noch relativ gering dass ich sagen würde okay die gebe ich ab da muss schon viel passieren dass ich die spiele jetzt nennt es auch verkaufe anders ist das ganze und dann kommen wir zum interessanten bei punkt wenn ihr manager seid der schon komplettes team stehen haben mit denen allen zufrieden seid dann müsst ihr recht wenig machen aber im normalfall gibt es immer teure spieler in eurem team die big boys die eben genannten stützen und dann gibt es noch mal spieler die wirklich austauschbar sind das wären in meinem fall matriacani ein holtmann vielleicht ein wimmer und noch über leo behalte ich nur matchup basiert was heißt matchup basiert ich schaue mir beim spieler persönlich an wie die nächsten spiele aussehen das wären in dem fall bayern ihr habt das spiel schon gesehen ich weiß noch nicht wie es ausgegangen ist schalke und wolfsburg schalke gar nicht so verkehrt aber wohl bayern auf jeden fall ein ganz ganz schwieriges matchup und in meinem fall deswegen auch immer weit sich zeigen die ländership pause kommt ich kann mir vorstellen dass rovelleo gegen bayern keine guten punkte macht das heißt er würde über die ländership pause wahrscheinlich ordentlich fallen oder macht es persönlich einfach keinen sinn ihn zu halten also im normalfall wenn alles gut gelaufen ist habe ich ihm letzte woche abgegeben ihr werdet es gesehen haben dasselbe gilt auch bei holtmann ist natürlich an sich kein spieler der verkehrt ist ist auch so ein bisschen ja würde ich schon fast sagen das wichtigste asset da vorne im bochumer der bochumer offensive weil er derjenige ist der unterschied spieler sein kann mit seinem tempo mit seiner dynamik und auch er ist jemand wo ich sagen würde okay behalte ich jetzt in meinem fall werde ich ihn behalten weil es daheim gegen köln geht köln ist schon tolle mannschaft aber warum hat auf jeden fall chance tore zu machen von daher werde ich ihn in dem spiel zumindest doch mal halten bei rovelleo sich das ganze wegen dem bayern matchup einfach als nicht sinnvoll ihn zu halten aber wie gesagt genau das ist einfach so ein bisschen matchup basiert schauen wie sind die nächsten spieler macht die spieler aus die ihr potenziell für gute matchups abgeben würdet und gebt ihr auch ab macht nicht den tobi fehler das habe ich letztes jahr deswegen seht ihr da oben auch die legenden das sind spieler die ich viel zu lange gehalten habe die einfach nicht performt haben ich aber diesen bitteren gedanken hatte wenn ich jetzt verkaufe dann performt er nicht mal ihr müsst auch ein bisschen radikalen kickbase sein auch wenn es schwierig ist es ist super wichtig dass man eben auch dann letztendlich auch durchgreift und sich die spieler dann eben auch von der mannschaft weghaut um eben andere spieler zu ersetzen genau soviel dazu das ist so das grobe konstrukt wie ich da vorgehe also jetzt im normalfall eine normale woche bei mir wäre ich beachte sie bat schön modest gregoritsch im normalfall auch dohan und simakon natürlich auch kimmich nicht und versuche einfach die position radetzky im normalfall auch nicht wenn in relativ soliden torwart habt dann behaltet ideen im normalfall schaue ich mir also röwelleo matriacani holtmann und wimmer an und schaue da ein bisschen ob ich da bessere spieler bekommen kann das wäre in meinem fall zum beispiel ich habe es jetzt nicht oder ich werde es wahrscheinlich nicht tun aber beispielsweise den gamble eingehenden fulgini zu holen wird zwar fallen ohne ende hat aber ein heim matchup gegen die hertha da könnte es zum beispiel sinn machen den für den gerrit holtmann auszutauschen das wäre zum beispiel so ein trade mit ein bisschen weitsicht dass sie eben perspektivisch gesehen am sinnvollen sinnvollsten managen könnt also macht eure säulen im team aus checkt eure finanzen ist auch ganz wichtig als beispiel dafür ihr könnt gerne meinen discord server abchecken da gibt es denn die app oder quasi den link zur app von pascal der ist ja mega viel mühe gemacht hat den kickbase calculator kickbase rechner hier könnt ihr genau sehen wenn ihr eure spiele ein und austragt wie das genau funktioniert wird da auch toller klärt auf seiner website einfach auf meinem discord server abchecken ihr könnt quasi hier die details laden schauen welche spieler ihr habt schauen wie die wahrscheinlich steigen werden und da einfach so ein bisschen gucken pascal hat jetzt auch die nächsten gegner noch eingeführt also dicke dicke props an den kollegen auch das hilft enorm um noch mal ein bisschen perspektivisch gesehen planen zu können beispielsweise hier habe ich jetzt noch ein full gini drin im normal verwendig aber gerrit holtmann behalten so sieht das ganze ganze dann bei mir aus ja und genau so könnt ihr so ein bisschen planen hier in meinem fall kann ich dann oben sehen mit möglichen einnahmen 1,8 millionen wenn ich dann wieder zurück in kickbase gehe könnte ich zum beispiel sagen okay cool vielleicht kann ich statt eine matriacani einen janko halten oder sonst was also da habt ihr dann die möglichkeiten diese kleinen positionen die wirklich austauschbar sind auch auszutauschen das ist auch wichtig dass eine gewisse dynamik in euren kader rein bekommt und stetig abändert nicht wirklich immer mit demselben team auflauf aus und aus läuft natürlich klar dann gibt ihr nichts ab aber sobald zwar ein bisschen weniger läuft und gerade bei austauschbaren spielern immer möglichst schnell die spieler auch loswerden das war's mit dem video ich hoffe das ganze hat euch spaß gemacht wie gesagt checkt gerne den top 11 manager aus macht wirklich mega viel spaß und dann sehen wir uns morgen zu den kaufempfehlungen ich hoffe das ganze hat euch wie gesagt spaß gemacht wir sehen uns morgen haut da rein und ciao ciao i have a dream that's all i need i'll make it happen with some work and belief know what i want so i'll take it on i've made mistakes but mistakes make you strong let's break it down for a minute i want the crown i'm get it you hear me